Der Cervant MakeBlock M-Bot Ranger ist ein vielseitiger Bildungsroboter, der speziell entwickelt wurde, um Kinder und Jugendliche für MINT-Themen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Mit seinem modularen Design kann der Roboter in drei verschiedenen Formen gebaut werden. Balancepanzer, Rennwagen oder intelligenter Roboter. Der M-Bot Ranger ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, darunter Licht-, Ultraschall- und Temperatursensoren, die eine präzise Interaktion mit der Umgebung ermöglichen. Die Programmierung erfolgt einfach über die visuelle Programmiersprache, MemBlockHuisKaufR, die auf Scratch basiert, oder durch fortgeschrittene Skripte in Arduino C mit spannenden Projekten wie Linienverfolgung, Hindernisvermeidung und Umweltreaktionen fördert der M-Bot Ranger kreatives Denken und Problemlösungsfähigkeiten. Sein robustes Design und die intuitiven Funktionen machen ihn zur idealen Wahl, um technisches Wissen auf spielerische Weise zu vermitteln. Der Spilt MakeBlock M-Bot 2 ist ein fortschrittlicher Bildungsroboter, der Kindern und Jugendlichen hilft, MINT-Fähigkeiten, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik spielerisch zu entwickeln. Mit Technologien wie künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge, IoT, bietet der M-Bot 2 eine interaktive und innovative Lernerfahrung. Ausgestattet mit intelligenten Sensoren wie Licht, Abstand und Bewegungssensoren, ermöglicht der M-Bot 2 präzise Interaktionen mit seiner Umgebung. Die Programmierung erfolgt über die benutzerfreundliche, juxt-am-block-enscheid-software, die sowohl visuelle Programmierung als auch fortgeschrittene Python-Codierung unterstützt. Der Chat-M-Bot 2 motiviert Kinder durch spannende Projekte wie Hindernisvermeidung, Datenanalyse und KI-basierte Herausforderungen. Sein flexibles Design und seine vielfältigen Möglichkeiten machen ihn zu einer idealen Wahl für kreatives Lernen, Problemlösung und die Vorbereitung. Der Remate-M-Biebhans-Moi Miko 3 ist ein interaktiver Bildungsroboter, der speziell entwickelt wurde, um Kindern spielerisches Lernen und technologische Fähigkeiten näher zu bringen. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz kann Miko 3 natürliche Gespräche führen, Fragen beantworten und eine Vielzahl von Bildungs- und Unterhaltungsinhalten bereitstellen. Miko 3 fördert die Entwicklung von sozialen, kreativen und akademischen Fähigkeiten durch Lernspiele, Geschichten und personalisierte Lerninhalte. Eltern können über die begleitende App den Fortschritt ihrer Kinder überwachen und die Inhalte anpassen. Dank seines kinderfreundlichen Designs, seiner Sicherheitsfunktionen und der Möglichkeit, sich an die individuellen Bedürfnisse der Kinder anzupassen, ist der Ausmaus Miko 3. Ein idealer Begleiter für modernes Lernen. Er verbindet Spaß und Bildung und unterstützt Kinder dabei, wichtige Fähigkeiten für die Zukunft zu entwickeln. Die Engzone STEM Toys sind innovative Lernspielzeuge, die entwickelt wurden, um Kinder für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik MINT zu begeistern. Sie bieten interaktive Baukästen, mit denen Kinder Modelle und Roboter erschaffen und individuell anpassen können. Die Spielzeuge sind benutzerfreundlich gestaltet und ermöglichen es Kindern, Bauteile zusammenzusetzen und diese mit Hilfe einfacher Programmier-Apps zu steuern. Dadurch fördern sie kreatives Denken, Problemlösungsfähigkeiten und Teamarbeit. Mit spannenden Projekten und Herausforderungen helfen dies ASP N-Zone STEM Toys in Treglerik Kindern, technische Konzepte auf spielerische Weise zu verstehen. Dank ihres sicheren und ansprechenden Designs sind sie eine ideale Wahl, um die Neugier zu wecken und die Grundlagen für eine erfolgreiche technologische Zukunft zu legen. Der Okak-Guy-Robot-Sinn ist ein moderner Bildungsroboter, der entwickelt wurde, um Kindern spielerisch, Programmier- und Technologiekenntnisse zu vermitteln. Mit seinem flexiblen und robusten Design können Kinder den Roboter einfach zusammenbauen und anpassen, was ihre Kreativität und ihr technisches Verständnis fördert. Der Okak-Guy-Robot verfügt über intelligente Sensoren wie Bewegungs- und Lichtsensoren, die es ihm ermöglichen, präzise auf seine Umgebung zu reagieren. Die Programmierung erfolgt über benutzerfreundliche Anwendungen mit Drag-and-Drop-Funktionen, die sich besonders für Einsteiger eignen. Durch spannende Projekte wie Hindernisvermeidung und interaktive Aufgaben unterstützt der Schippen-Bekanns-Names-Herz-Herz-Herz-Herz-Herz, Okoko-Robot-Leiton, Kinder dabei, Problemlösungsfähigkeiten und logisches Denken zu entwickeln. Er ist die perfekte Wahl, um Lernen und Spaß zu verbinden und Kinder auf eine technologieorientierte Zukunft vorzubereiten. Der Silbert Ranger X ist ein vielseitiger und interaktiver Bildungsroboter, der speziell entwickelt wurde, um Kindern die Grundlagen von Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik im MINT spielerisch zu vermitteln. Ausgestattet mit intelligenten Sensoren wie Bewegungs- und Lichtsensoren kann der Ranger X verschiedene Aufgaben ausführen, darunter Hindernisvermeidung und Linienverfolgung. Kinder können den Roboter einfach zusammenbauen und über benutzerfreundliche Apps programmieren, die auf visuellen Drag-and-Drop-Systemen basieren. Der Ranger X fördert kreatives Denken, logisches Problemlösen und technisches Verständnis durch spannende Projekte und interaktive Herausforderungen. Dank seines robusten Designs und seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist er eine ideale Wahl für Kinder, die Spaß am Lernen und Experimentieren haben und ihre technischen Fähigkeiten weiterentwickeln möchten. Snap Circuits Mech 5 ist ein innovatives Lernspielzeug, das Kindern hilft, die Grundlagen der Mechanik und Elektronik auf spielerische Weise zu entdecken. Mit diesem Set können Kinder verschiedene mechanische Modelle und Roboter bauen, die durch elektrische Schaltkreise gesteuert werden. Das Set enthält einfach zu handhabende Bauteile, die per Klicksystem miteinander verbunden werden, sodass Kinder kreativ experimentieren und eigene Projekte entwickeln können. Es fördert das Verständnis für technische Zusammenhänge und die Anwendung von Elektronik in mechanischen Systemen. Snap Circuits Mech 5 Tracker ist eine ideale Möglichkeit, um das Interesse an MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wecken und die Problemlösungsfähigkeiten von Kindern zu stärken. Der Masrackens Sphero Bolt ist ein fortschrittlicher Bildungsroboter, der Kindern und Jugendlichen hilft, auf spielerische Weise programmieren und Robotik zu lernen. Mit seinem robusten Design und der integrierten LED-Matrix können Kinder kreative Animationen und interaktive Inhalte anzeigen. Der Klickarm Sphero Bolt ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, darunter Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Lichtsensoren, die eine präzise Steuerung und Interaktion mit der Umgebung ermöglichen. Die Programmierung erfolgt über die benutzerfreundliche Mirbast Sphero Edu App, die sowohl visuelle Programmierung als auch fortgeschrittene Kodierung in JavaScript ermöglicht. Dank seiner Vielseitigkeit und den spannenden Lernmöglichkeiten ist der Mannschaftskomplikjau 8 prijantme im Unterlegrei, Sphero Bolt, eine ideale Wahl für alle, die ihre Fähigkeiten in den Bereichen Seistia, MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erweitern möchten. Der Sphero Indie ist ein interaktiver Bildungsroboter, der speziell entwickelt wurde, um Kindern die Grundlagen der Programmierung und des logischen Denkens näher zu bringen. Mit farbigen Karten, die unterschiedliche Befehle repräsentieren, können Kinder den Indie steuern, ohne auf Bildschirme angewiesen zu sein. Der Roboter fördert kreatives Denken und Problemlösungsfähigkeiten, indem er die Kinder dazu anregt, Aufgaben wie das Navigieren durch Labyrinthe oder das Folgen von Routen zu lösen. Sphero Indie ist eine ideale Einführung in die Welt der Robotik und Programmierung für junge Lernende, da es auf eine einfache und zugängliche Weise eine wichtige Grundlage für das technologische Lernen schafft. Der Maison von Lenni JK02 ist ein vielseitiger Bildungsroboter, der speziell entwickelt wurde, um Kindern grundlegende Programmierkenntnisse und technisches Verständnis zu vermitteln. Mit einem benutzerfreundlichen Design und verschiedenen interaktiven Funktionen ermöglicht der JK02 den Kindern, einfache Aufgaben wie Hindernisvermeidung oder Linienverfolgung zu programmieren. Der Roboter ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, darunter Bewegungssensoren, die ihm helfen, auf seine Umgebung zu reagieren. Kinder können den JK02 über eine einfache App steuern und programmieren, wodurch ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihr kreatives Denken gefördert werden. Dank seiner Flexibilität und einfachen Handhabung ist der Thmeiches Kärbis. Van Lenni JK02 Schlechte Kohedas eine ideale Wahl für junge Lernende, die sich für Robotik und Programmierung interessieren. Whalespot Kids Robots sind interaktive und lehrreiche Roboter, die speziell für Kinder entwickelt wurden, um ihnen spielerisch die Welt der Robotik und Programmierung näher zu bringen. Mit benutzerfreundlichen Funktionen können Kinder den Roboter einfach zusammenbauen und programmieren, um verschiedene Aufgaben wie Hindernisvermeidung und Linienverfolgung zu lösen. Die Roboter fördern kreatives Denken und Problemlösungsfähigkeiten, indem sie den Kindern ermöglichen, eigene Programme zu erstellen und interaktive Projekte zu entwickeln. Dank des flexiblen Designs und der einfachen Steuerung sind die Whalespot Kids Robotsen eine ideale Wahl, um Kinder für Technik und Informatik zu begeistern und ihre Fähigkeiten in den Bereichen MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu stärken. Der MISCHT Wonder Workshop Dash Image ist ein interaktiver Bildungsroboter, der Kindern hilft, spielerisch Programmierung und Robotik zu erlernen. Mit seiner einfachen Bedienung und einer Vielzahl an Sensoren wie Bewegungs- und Sound-Sensoren kann der Dash verschiedene Aufgaben ausführen, zams Behindernisse umgehen oder auf Geräusche reagieren. Der Roboter lässt sich über die benutzerfreundliche Hamschi-App programmieren, die eine visuelle Programmierung ermöglicht, perfekt für Einsteiger. Dash fördert kreatives Denken, Problemlösungsfähigkeiten und logisches Denken. Dank seines robusten Designs und der unterhaltsamen Funktionen ist der Behaltschen Wonder Workshop Dash eine ideale Wahl, um Kinder für MINT-Fächer zu begeistern und ihre technischen Fähigkeiten zu entwickeln.